was geht ab freunde nächster tag heute ist montag wir haben uns jetzt in der stadt haben wir uns kajak gemietet die ist so eine stunde 15 ungefähr entfernt mit dem auto von mir und ja genau da werden wir ein paar buchten erkunden und grotten und so ich bin auf jeden fall gespannt ich nehme euch mit bis gleich ich bin Das war KLTD in Ligantown, Karl. Das war der Motto, Karl. Das war mein Gangster. Das war mein Blatt. Ja. Ich glaube, wir gehen hier in A-Town. Los geht's. 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 Es ist auch ein Kraftakt, aber es ist Hammer wert, 100%. Wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Wunderschön. Oh Gott! Vielen Dank.